Die hierzu erwerbende 3-Zimmer-Mesonet-Wohnung befindet sich in Düsseldorf-Rath. 2002 wurde das Wohnhaus erbaut. Das Gebäude hat einen Personenaufzug. Die Wohnung verfügt über einen Balkon, eine Einbauküche sowie einen Keller. Die Mesonet-Wohnung bietet eine Wohnfläche von ca. 88 m². Der Kaufpreis der Immobilie beläuft sich auf 198.000 Euro. Wir informieren Sie gerne unter eingeblendetem Kontakt näher. Untertitelung des ZDF, 2020